Herzlich Willkommen bei der Einradfamilie. Heute seht ihr mich in einem Montagevideo. Wir haben für die Firma Wiesentech ein Klappdachmodul gebaut mit einem Unterrahmen und hier zu meiner linken den Deckel. 5 Meter lang, 2,20 Meter breit und wird Längshalz komplett aufgeklappt. Wir haben das schon mit Nadefilz und Amaflex isoliert und jetzt kommt in einem W-Sturm, seht ihr hier, das Zelt eingezogen. Vorher müssen wir natürlich das Dach drehen, auf unseren Rahmen montieren und dann sind wir auch soweit schon durch. Ja, in diesem Sinne, begleitet uns und habt Spaß am Video. Einmal anheben und gucken, ob ich pumpen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir auch. Ja, vor sich. Herzlich Willkommen. Ja. 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 Das ist ja nicht gerade der Spalten. Da steht mir oben bis oben. Genau. So, liebe Leute, das Dach ist gesichert, Dämpfer sind drinne und als nächstes werden wir das Zelt einziehen. Richtig annehmen, genau, drehen und drehen und drehen. So, liebe Leute, das sind drinne und drehen und drehen. So, liebe Leute. 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 Rrrr! Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 So, liebe Leute, es ist vollbracht, wie ihr sehen könnt. Ein riesen Knüppel, aber ihr habt auch gerade gesehen, wie ich alles aufgemacht habe. Es ist alleine zu handeln, das große Ding. Bedeutet für euch, wer Interesse hat, sein LKW umbauen zu lassen, kann sich gerne bei mir melden. Wer einen kompletten Kofferumbau haben möchte, der melde sich bitte bei Visentec, bei der Firma Visentec. Da seid ihr gut beraten und wenn ihr auch so ein Hubdach oder Klappdach für euren LKW haben wollt, wird die Firma Visentec mit uns, mit der Eiratfamilie Kontakt aufnehmen und dann kommen wir mit Sicherheit ins Gespräch. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, reingehauen.